Es dreht sich alles um Bas Dost in Wolfsburg. Der Niederländer kehrt gegen die PSV Eindhoven in der Königsklasse zurück in seine Heimat. Eine Top-Gelegenheit, um endlich diesen einen kleinen Makel loszuwerden. Es nervt mich noch ein bisschen, dass ich noch kein Tor gemacht habe in der Champions League. Das möchte ich gerne machen und natürlich am besten gegen PSV. Ja, ich glaube, seine wichtigste Eigenschaft ist, dass er unheimlich ehrgeizig ist. Egal in welchem Trainingsspiel, in welchem Torschussspiel, wenn er nicht trifft, dann ist er eigentlich kaum zu ertragen. Und ich glaube, so muss man als Stürmer sein. Das zeichnet ihn aus und er ist halt brandgefährlich vor dem Tor, egal ob der Ball auf den Kopf oder auf den Fuß kommt. Und ja, wir hoffen, dass er das auch in der Champions League jetzt gegen Eindhoven zeigen kann natürlich.